Hi Leute, hier ist der STB-Klar mit Active Elever, Squarewolf, Toddy, Casper-John und meiner Wenigkeit Mr.Click. Wir sind das erste Mal auf diesem Surfer. Wir schauen ihm mal an, ob er unseren Ansprüchen genügt. Wir wünschen euch viel Spaß. Okay, was war das jetzt? Was hast du gerade gedacht? Kein Kommentar mehr, alles klar. Ja, angeblich ist der Surfer neu aufgesetzt. Für das, dass er fresh ist, da sind eh schon ein paar Leute drauf. Der Bergstadt, der war ja bevor er geworbt worden ist, war der immer ein Krabbefall. Ich habe aber fresh, der STB. Genau. Hier, wo liegen Leute oben? Du hast den Falschen. Nee, das stimmt. Entschuldigung, war nicht viel, ne? Kann mich nicht mehr anziehen. Hallö, Mann. Für Auferpaar findet man fast keine Waffen. Ja, ich habe gerade schon ein paar Waffen, ich habe keinen Rucksack zum Mitnehmen. Ja, okay. Ja, wenigstens noch 17 Leute drauf, da ist wenigstens was geboten. Nichts Brauchbares. Super, die dann jetzt hier spart haben, die hier an Backe. Haupert Taxi gefunden. Ja, ich bin in Cerno. Ja, ich komme mal rüber nach Cerno gefahren. Ja, ich bin in Cerno. Ich komme mal rüber nach Cerno gefahren. Oh, ich komme mal rüber nach Cerno gefahren. Alles klar. Ich kann ein Boot tun, oder nicht? Vielleicht kann ich ja mal ein Ding verkaufen. Das sind wirklich nette Zambi ist hier, die greifen mich nicht mal an. Dann schauen wir mal. Register und introduce yourself auf unserer Website Bergstadt.deu und get 10.000 Points für free. So ein Blödsinn machen wir gar nicht. Naja. Ich glaube, ich bin ein Hippikist, aber der kommt weg oder hoch. Also mein Falsche Pferde, ich soll. Ich fahre jetzt mal am Rektorballot ab. Cannot fire. Weißt du beim Radl? Ja, treffen wir uns in Starry. Ja, ohne Starry. Du hast ja die Tüche hochlaufen oder was? Kannst du ein Radl fahren? Wo bist du? Ich bin jetzt hier bei Cerno in der Bocht. Alles klar, komm. Bei Cerno in der Bocht. Weißt du? Ja, weiß ich noch. Richtung Elektro oder Richtung Palota? Richtung Palota. Aha. Bei der Tanke, oder? Oh, du schätzt ihn. Ja, bin unterwegs. Ja, ich brauche einen Rucksack oder was. Keine Ahnung. Ja, wie willst du denn was? Wir müssen erstmal looten. Wie weißt du damit? Wo bist du, Toddy? Ich bin hier. Hier, die Fussle und ich muss fest, was da? Oder bist du das nicht? Ich hab gerade gehofft. Ja, ich hab gerade gehofft. Bisschen weiter noch. Entschuldigung. Ja, ich kann auch nicht hacken. Alter, Mann ist kein D-Stock. Na ja, ist da geil. Na ja. Hi. Hi. Hier, du hast ja kaputt die Scheibe. Ja, wir fliegen ja die ganze Zeit. Die fliegen schon im Mund. Pah. Lothar, mach nicht. Du sagst nicht halbwegs aufsteigen, Leute. Ich mach immer mal abstringen. Auf nach Valota. Schau mal, ob Refill geht. Ja, läuft. Aber reparieren hast du jetzt nicht, oder? Achso, reparieren kostet. Na ja, das kostet die Kohle. Bei deiner Armut kostet mich ja nicht. Ja, tut mir leid. Valota F geht, Lupin? Ja, schon. Ähm, spackt der TS bei euch halt auch, oder spackt der was bei mir? Nein, der spackt nur bei dir. Nur bei dir. Oh, der ist fast gemein. Der sind mehr Baracken. Ah, schaut schön kasseneis aus. Bukilefka Scheune ist der Base. Lange Scheune. Olleck. Wir haben aber schon Bescheid gebaut. Also der Service kann natürlich schon eine Woche wiederholen. Oh, eins, zwei, drei, vier, fünf Baracken sind hier. Dann halt mal an hier. Ist der Zombiespawn? Bruder. Ja, macht auch nichts. Ja, okay, da ist sicher auch... Ich komme gleich bei Rookter. Irgendwo ist da einer. Oh, im Norden rennt einer gerade weg von Valota. Aber ich denke mal, dass auf dem Airfield direkt auch einer ist. Sattet ihr das Taxi? Ja, das sind wir. Okay, ich bin beim Taxi. Alles klar. Wir sind schon bei den Baracken. Aber das Taxi oder kein Reifen? Sattet ihr nicht, oder? Ja. Ja. Nein, ich habe gerade eine Waffe gefunden. Ich höre den Schreien. Also, der verblutet gerade. Ah, da ist jetzt hier. Okay. Ja, ich habe gerade getroffen. Komm, wir erst gucken. Ich sehe den Typen nicht. Ich bin jetzt hinter der Feuerwache. Schau Richtung Norden, was der Typ macht. Okay. Okay. Wo soll er hinfahren? Wo ist denn jetzt ein Granner? Granner Auto? Äh, fahr zu die Baracken. Also zwischen Hangars und Baracken, fahr da hin. Dürfte jetzt keiner mehr auf dem Airfield sein. Und der vom Norden, der fährt gerade, ist gerade mit dem SUV wegfahren. Geht das, Kamu? Ich, ich packe das Auto in die Hangars, weil ich will auch mit Looten. Ja, sehr gut. Hey, ein Gunner. Verdammt nochmal. Large Gunback gefunden. Gut, wir wollten es euch ersparen, wie wir langweilige Palota durchlooten. Hey, Acti, wie sind die Preise eigentlich hier auf dem Surfer? Das sind die T-Telte hier. Andere Seite gehört. Also 30 Meter Block kostet 6.000. Safe kostet 10.000. Blockbox kostet 4.000. Kombination Lock 1.000. Man kann... Fertiges Hinterblock Toys Kaffer 1.200. Oh, das geht jetzt ja fett. Doorway 1.300. Garage Doorway 1.000. Floor aus Holz. Wood Wall aus Holz. Wood Ladder Stairs, Ramp, Stick Fence. Oh, man kann die Fuel Band kaufen. Doorway Shack kann man für 3.000. Metal Panel kann man für 500.000. So, ich leg mal ein paar Bandagen rein hier. Was bekommt ihr denn für Klamotten? Die Schauparacke? Ja. Für Klamotten, Moment. Ich will nämlich gerade selber mal Zivilian verkaufen. Wundert. Das lohnt sich ja nicht. Naja, aber SUV kostet, da ist die Währung gerne. Sieh, ich kann ja nicht die Waffen machen. Also dann mal nebeneinander. Vorziehst du grad her in study? Nein. Naja. Das gibt Hero und Bandit Missions. Das find ich schon mal gut. Äh, zeck. Zeck mich mal. Sechst gleich das Gruppensystem. Ja, wenn ich die Waffe verkauft hab. Die SVD kann man vom Visier ja umschalten. Da hast zwar dann kein Visier, aber du schaust übers Visier drüber. Das Gruppensystem schaut aber auch schön aus. Jaja, folgt mir da. Hier bist du, der Greywolf. Tag is friendly. Ist mal was raus. Dann bin ich schon in einer Gruppe drin. Jaja. Achso, dann müssen wir uns ja schon friendly. Jetzt möchtest du mich nicht mehr taggen, aber ich mach auch einen taggen. Du brauchst ja bloß einen von der Gruppe taggen. Dann bist du wieder drin. Du hast mich nicht taggt hier, Franky. Was? Du brauchst mich noch nicht getaggt. Ja, es springt halt wie alle anderen Gruppe-Systeme. Das Ding ist ich aber euch, aber ich kann kaum von euch taggen. Ich hab bloß immer einen Sturmrucksack öffnen. Oh, die Dragon of Conyer Zero. Jetzt sehen Sie es. Ich hab mir gerade im Internet ein bisschen mit dem Visier ausgesagt. Feil. Na ja, da. Oleg, oleg, oleg. Was ist denn los, Casper? Ich werde beschossen. Oleg, 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 oleg. Wo bist du? Ich komm da den Weg rauf von... Ja, mehr im Westen. Mehr im Westen, den Weg rauf von Cerno. Bin schon 800 Meter vor Trader City. Richtung Novi oder Richtung Süden? Ja. Ich hab dir jetzt vermagd. Schreib sie. Haben sie erwischt? Gut, dass hinten noch ein Auto... Ja, ja, ich bin schon da, 500 Meter. Oh, Gott sei Dank. Gut, dass ich ein Auto hinten druck sparen soll, das hat sie jetzt zerrissen. Oh, ich seh's, weil jetzt der Feuerball nicht auf ihn auf ihn schleizt. Schnell rein in dich selbst, Sonne. So. Ja. Tauht witzig aus. Tio. Ja. Servus. Oh, moin. Hab a deri. Das nimmt der Händler nicht mehr. Seh ich dich schon. Ich kauf jetzt ein SUV. Ich seh ich nur schon. Ja, ich seh dich nicht, wenn du erst hier bist. Also, jetzt geht's. Tag us friendly. Ego, doch, jetzt geht's. Brauchst du mir kein Geld mehr geben. Gibst du das Watzten. Toll, ich sag mal ja. Ja. Alles klar. Ich hab nur 23. Was kocht denn eine Lockbox an? Was hat denn der? Was hat er dir gesagt? Äh, weiß ich nicht mehr. 3000. Ich kaufe nur schnell zwei Magazine für das Geld, will ich noch haben. Kann ich ein Mischen machen? Mit welchen Waffen? Haben wir ja keinen Sniper dabei. 4000 Lockbox. Kombination aus 1000. 16.000. Was sind denn die ganzen anderen Händler da? Baggert auf Mord, der kostet 400. Und Sinder Block, weißt du was? Sinder Block kostet 200 und Baggert auf Mord, der kostet 400 allein. Das wär geschenkt. Ja, aber du musst jetzt trotzdem upgraden. Ja, dann sind's halt 800. Wer sitzt da im Auto von uns hinten? Der Toddy. Ja. Schau mal dem Toddy seine Augen in der Innenperspektive. Ja, ich bin nicht. Voll der Psycho. Ja, bin ich auch. Wie man halt kennt. Ich bin altkalt in Deutschland. Ja, Hans, deine Herrn Schwarz. Das schaut auch ziemlich lustig aus. Bei mir zumindest. Ja, das ist meine schwarze Seele. Oh, ich weiß auf Emo. Steht der Radl da? Ja, ich bin mit dem Radl da. Ja, da steht der Radl da. Ja, da steht der Radl da. Steht der Radl da. Ist das eine Safe Zone? Nein, ist nichts gekommen. Ja. Ja, ich hab den anderen wieder nachgemacht. Das ist ein... Ja. Ja. Ey, ne, Lapur. Nein. Das ist richtig. Voll ausgerüstet. Ich bring die Lapur zu euch zum Auto. Alles klar. Ja. Ja. Ja, wey. Wie, was? Ha, was ist denn da los? Ja, spinnt denn der Depp oder was? Wir haben einfach zusammengeschissen, weil wir in einem Meerfilter schießen und so weiter. Weil aus der 130 kommt da runter. Da dachte ich, ja, machen wir fertig. Aber das ist eine Safe Zone. Haben wir nicht gewusst? Haben wir nicht gewusst, dass das eine Safe Zone ist? Gut, sie fix noch mal. Dann kommt der Abmänner, für die Zerf wie eine so abbrunstige Kachel und so weiter. Ja, am liebsten hätte ich einen Raumteil in den Pfotzen eingeschoben und so weiter. So, ja, schleicht, du blöder Depp. Aber na ja. Mei. Haben wir gesagt, ja, okay. Dürfst landen. Also, du bist ein kleiner Meerfil. Halt eh ja die obere Seite, ne? Na ja, wie willst du's ausbauen? Also, ich find's nicht so toll. Fahr doch mal nach Grishino. Ja, Grishino hört sich gut an. Kostall. Da nehmen wir einfach den Kostall in Grishino. Weil da ist gleich ein Tankstall daneben. Das sind Aircraft-Dealer. Das ist eher viel. Du hast BASH. Der Damm wär frei. Was ist am Damm hinten? Was wär frei? Der Damm. Ah, der Damm ist doch nix. Nee. Mehr taugt's dir, da stinkst du nach Mist. Mehr, mehr taugt's dir. Find's teintlich auch ganz cool. Dann weg mit der Gruppe. Okay, ich baue jetzt doch die Lockpack aus. Tut einen Zettel und den Stift her. Hab ich da. Weil soll es dann aufbauen? Ja, dass es halt am Boden ist. Boah, die lobe ich noch. Die Jets, na? Ja. Gehen wir da geschiessen, aber ich habe Granaten schon drin. Ja, der fliegt gerade über uns drüber. Ja, ich sehe ihn schon. Sollte man nicht eine richtige Mission machen? Nicht so, ob es Helio-Trasher hat Mission. Ja, wir haben nur keinen Sniper und keine gute Waffen. Oh, ich glaube, nö. Platz 5. Wir sind da. STV, rechts von uns. Okay, aufsteigen, aufsteigen, aufsteigen. Welche Richtung? Rechts von uns, genau, rechts von uns, Peter. Okay, ich laufe rechts. Gehen wir nicht. Hinterm Berg? Hinterm Berg ist es, also ja. Ich laufe schon mal fest. Ich habe einen Schlüssel. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Ich habe einen scheiß Hügel. Das war ein Rohger. Da steht er, da steht er. Der steht direkt, der ist an der Mission dran. Also an dem Loot. Direkt unter mir. Ich schmeiße, wo du bist. Ah, jetzt sehe ich es, ja. Da, wo du bist. Jetzt fährt er wieder weg. Der fährt wieder weg. Den. Ah, scheiße, ich bin total falsch gelaufen. In welche Richtung fährt der? Ich, du Osten. Bis die Granaten einmal zerreißen. Ah, scheiß Zombie. Wo ist der Autofahrer? Ja, ich glaube, der hat nicht genug Zeit gehabt, um da alles zu looten. Das Wichtigste halt. Ja, ich glaube, der hat nicht genug Zeit gehabt, um da alles zu looten. Ich bin links leicht. Ich steck dich auf. Oder aufsteigen, schauern. Ja, nun bleibt doch unruhig, Hans, was wissen wir, dass wir aufsteigen sollen? Unseren S kann man nicht in den S. Kein Loot mehr drin. Komplett leer. Scheiße. Einsteigen. Hallo, mein Speckchen. Hallo, Speckchen. Genau, look, wo ich bin auf der Kurve. Bin drin. Kann doch mal hören, ob er hier ist. Richtung Zelle fährt er. Ne, der schläft die ganze Zeit. Vor Potoschka Tankstelle. Was? Ja, genau. Und, hatte es Spaß? Was? Todi, wir haben Stress hier. Lauf nicht mit deiner Tochter. Hoffentlich biegt er rechts ab, hoffentlich biegt er rechts ab, hoffentlich biegt er rechts ab. Ja, jetzt biegt er rechts ab, ja. Sehr gut, sehr gut. Oh, oh. Das wird, das wird, das wird, das wird, das wird, das wird es lang geschafft. Ja, wenn der Spaß wird. Selbst bei der Tank, oder? In Zelle, Zelle, nein, oder was? Ja. Ja, 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 ja. Passt, links, links, oder links? Passt, nein. Passt, aber passt. Passt, jetzt gut aus. Passt, hast du die Pace nicht gesehen? Ja, lass auf die Pace sehen. Ja. Die Scheiße wird wieder vorne, wird er komplett. Ja, direkt vor uns, auf die Mähma, direkt auf die vor uns. Ja, ich meine, jetzt bin ich nicht so gefahren. Oh, das wird eng, das wird wirklich eng. Jetzt fährt ein Gerät aus, wir fährt zu der Base hin, zu dem Turm. Ja, da kann man da nicht schmecken. Ja, ja. Ja, der fährt in die Base hin. Fahr mal hier links. Vielleicht können wir noch ein bisschen, wenn er das Tor aufmacht. Wo ist das Tor? Süden, Osten, Norden? Weiß ich nicht. Der fährt jetzt gerade um die Base rundum. Hoch, 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 hoch. Fährt einfach links. Hoch, 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 hoch. So. Da fährt er wieder ab. Wo er in die Richtung? Wo er hergekommen ist. Lass mich aussteigen. Warte, 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 warte. Ja. Links von uns fährt er, oder? Da ist sicher auch. Auf der Straße fährt er wieder in die gegengesetzte Richtung, wo er hergekommen ist. Also Zelle. Ja. Darf man da was auf der Straße bauen? Na ja, wie ist das? Nein, ist aber verboten. Stellungeregeln. Also du darfst nicht blockieren. Mhm. Jetzt fährt er links. Ja, ja. Jetzt fährt er links. Jetzt dreht er wieder um. Jetzt stopp. Ja, da kommt er. Stopp, da ist er. Da ist er. Ja. Das ist das- Da ist der Ball drinnen. Da ist der Ball drinnen. Ja, 863 humanity. Wo liegt er denn? Ah, nach vorne. Large comeback, oder? Oh, oh. Auf mich wird geschossen. Warum? Ja. Dass du was machst. Oder die haben, Herrn René, die haben sie erschossen. Glaub ich, wieder. Jetzt war es mal. Oh, schau sie mich ab, Nick! Hat er dich erwischt? Ja, nein. Vor allem davon. Ich glaube, die sind ja bewaffnet, da auch noch. Grey Wolf! Grey Wolf! Grey Wolf ist auf, K. Ja. Ich ramm ihn. Wo ist er? Äh, Weibauer. Weibauer, verfolgt er uns. Kommst du an mir entgegen, Hans? Ich ramm ihn. Damit du mir das in Sicherheit kriegst. Nein, weiß ich nicht. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich komme gerade von der Zelle. Ich glaube, die hat die Verfolgung abgegeben. Auf mich wird geschossen. Bin tot. Oh, ich bin tot. Auf mich wurde geschossen. Ja, Toddy. Ja, Toddy. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Wo bist du denn, du Gwent, Toddy? Weil bei meiner Brücke. Genau. Ja, genau bei der Brücke. Ja, genau bei der Brücke. Ja. Ja. Äh, von rechts. Rechte Seite von oben. Hat dich der Wotney gewischt? Äh, 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 das war nicht der Wotney. Der hat mich gefassen. Ich glaube, ich sehe die anderen Spieler, die auf dich geschossen haben. Ja, baller ihn weg. Bringt das Zeug in die Zelle, auf jeden Fall. Das ist ein Weihaktor. Furtnik fort wieder. Furtnik fort wieder. Ich hab Minus... Minus 37.000. Minus 37.000. Minus 37.000 hatte ich, ja klar. Wotnik fort auf euch. Richter nicht. Wow! Scheiße! Was? Ah, jetzt dreht er wieder um. Ah, ich bin in die blöde Motzi-Egg-Foil. Furtnik fort im Kreis. Wartung mal immer. Furtnik fort auf euch. Hallo, User... Ja, gestill ich euch. Jeph, den Wotnik ablenk. Ja, ja, ich weiß auch nicht, ich hab ein volles Magazin, halt voll auf ihn drauf und weder in Fernung oder er ist richtig rum und er schiebt mich. Wie ist es denn jetzt? Oh ja. Neutralisator, man. Hallo, Reh. Sorry, was ist denn los? Ja, uns ist gerade erwarten gehen können. Nur durch meine exzellenten Fahrkünste haben wir es überlegt. Ja, die ist gestorben. Warum ist er der? Haben Sie euch eine Chance? Nein, jetzt hol ich mich. Es war ein bewaffneter Wattnick und die sind schwer unter Feuer gewesen, aber die haben nicht einmal getroffen. Okay. Der war irgendwo ein Weiber da unten. Ja, die wollen das Fahrzeug verkaufen, das ist bestimmt von der Mission, das eine. Kann gut sein. Die werden schon weiter zum Bandits sein, oder? Ja. Oh, 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 oh. Ja. Oha, oha, oha. Wo ist der Trolli gestorben? Ja, den sind ja leichte, haben sie looten können. Ja, aber wer ist der gestorben? Haben sie den aus dem Fahrzeug ausgeschossen oder was? Ja, der wollte irgendwie eine Kamikaze machen. Blackhawk mit M240, Muni. M240? Äh, mit der Nato? Nein, na, aber M240, weißt schon. Ah, jetzt, ja, der Graue. Ok, hat der Money? Nö, der ist nicht durchgegangen. Aber brauchen wir bloß M240, könnten wir ballern damit. Ist hier ein Cherno ein Händler bei der Kirche oder was? M240 bringt man ja im Military. Ja. Dankeschön. Mozi kommt. Oder startet, glaube ich. Ja, da startet irgendwo eine. Hans, pass auf hinter dir. Ich bin gerade am Lockbox zusammen. Ich bin gerade am Lockbox. Ich bin gerade am Lockbox. Da kommt Mozi. Schnell rein. Nicht, dass sie Granaten auf uns wirft. Hey, ich bin ja nicht da. Sorry. Ja, wenn man jetzt rein pflückt, dann kriege ich einen Anfall. Ja, ja. Direkt über uns war er gerade. Was ist das? Ja, mach ich mal. Ist das sehr gay für den Outfit? Sehr schwul. Ist das der Rocker? Sehr gay. Ist das der Rocker oder was ist das? Ja. Kommt schon wieder. Äh, bis dich. Äh, schleicht sie. Äh, schleicht sie. Ich bin fix geschickt hier, wenn du da reinsteigen willst. Ja, ja. Frame drop, frame drop, scheiße. Äh, okay, geht wieder. Bin drin. Ja, ja. Und tschüss. Oh mein Gott, was tust du, was tust du? Bei mir macht einen Kanz. Ja, bei mir. Ja. Was? Hä, ich, hä? Ich auch. Ja, ja. Was soll das jetzt? Hacker, oder? Äh, das war ein Hacker. Das war ein Hacker. Das ist halt so passiert. Oh, 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 oh.